Ich muss weglaufen, ich glaube, ich werde es rausgeschmissen. Mach die Zimtschnecken mal in die Mikrowelle, du Gemini's Next Topmodel. Da ich keine Mikrowelle zu Hause habe, gehen wir jetzt einfach zu Ikea und machen das da in dieser komischen Taverne in die Mikrowelle rein. Ich bin da nicht Taverne, glaube ich. Anyways, los geht's. Walk, 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 walk. Ich weiß auch gar nicht, was die Mitarbeiter von mir halten, wenn ich das in die Mikrowelle da stopfe. So, hier sind wir bei Ikea. Da vorne stehen schon so Leute, ich weiß nicht, ob ich die anmelden muss, ich mache es einfach nicht. Da drüben ist jetzt so diese Cafeteria und da muss es diese Mikrowellen geben. Oh mein Gott, wie schön. Okay, anyways, ich pierche mich jetzt hier irgendwie ran und irgendwie, ich sehe sie nicht. Oh mein Gott, ihr Zuckerpüppchen, hier ist sie. Ich werde das jetzt einfach ausdrücken und, oh mein Gott, neben mir steht ein bisschen. Jetzt müssen wir es einfach nehmen und machen das jetzt hier so rein. Oh mein Gott, ich schäme mich so. Okay, ich weiß nicht, wie lange man das reinmachen muss und ich weiß auch nicht, wie sie funktioniert. Okay, doch, ich habe es da hinten bekommen. Ich glaube, ich mache sie einfach mal so 25 Minuten rein. Okay, das ist perfekt. Oh mein Gott, das funktioniert einfach. Okay, nur noch 12 Sekunden, ich hole das jetzt raus. In der Zwischenzeit, in der, das da drin ist, drücke ich schon mal das Plüsschen. Oh wow, es sieht so flott aus. So, hier haben wir das jetzt, ich probiere es jetzt. Oh mein Gott, viel besser als sonst.